Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Vor zwei Monaten hat die NATO, 15 Jahre nach dem Ende des Kosovo-Krieges, den oberen Luftraum über dem Balkanstaat wieder für zivile Flugzeuge geöffnet. Ein kleines Stück Normalität, das viele positive Begleiteffekte mit sich bringt. 15 Jahre entsenden wir Jahr für Jahr unsere Soldatinnen und Soldaten ins Kosovo, 15 Jahre verlängern wir Jahr für Jahr das Mandat. Mittlerweile ist das Amselfeld vielen Bürgerinnen und Bürgern nur mehr als Weinbauregion bekannt. Und das Land des Kipitan wird wieder vermehrt als Schauplatz der Geschichten Karl Mays betrachtet. Wer aber denkt, wir bräuchten den Einsatz nicht mehr, den dürfte spätestens die Krise in der Ukraine eines Besseren belehrt haben. Präsident Putin bemühte in aller Unsachlichkeit eine von ihm konstruierte Parallele, nämlich die Unabhängigkeit des Kosovo und dessen unverändert aktuelle Probleme mit der Situation auf der Krim und mit der Lage in der Ostukraine. Doch der völkerrechtliche Vergleich des Kosovo-Krieges mit der Krim-Invasion hinkt. Die Hinter- und Beweggründe sind vollkommen verschieden. Seit 15 Jahren stabilisieren wir eine Region, in der ein Völkermord geplant war, der in letzter Minute abgewendet werden konnte. Vor unserer Haustür in Europa, in einer Region, in der 28 Staaten friedlich miteinander leben, an der Schwelle zwischen Abendland und Morgenland. Und nicht erst seit Ivo Andritz Schilderungen in seinem Werk »Die Brücke über die Drina« wissen wir, welch langes kulturelles Gedächtnis und welcher Stolz die Völker in dieser Region verbindet. Eigenschaften, die uns mitunter fremd erscheinen, wo wir selbst mit ehemaligen Gegnern heute wunderbare Freundschaften pflegen. Doch gerade die Vertreter nationaler Maximalpositionen beziehen sich noch heute auf Geschehnisse, die vor 600 Jahren stattgefunden haben und empfinden für das Amselfeld wie andere für Jerusalem. Diese Maximalpositionen wurden in diesen 15 Jahren so weit verlassen, dass heute miteinander geredet und nicht mehr aufeinander geschossen wird. Und deshalb sind heute auch nicht mehr 50.000 Soldatinnen und Soldaten, sondern nur noch ein Zehntel davon nötig. Doch die eben sind noch nötig. Im Norden des Kosovo, wo sich die serbische Bevölkerungsminderheit konzentriert, weigern sich die meisten Serben immer noch, die Zentralregierung in Pristina anzuerkennen. Im Parlament, wo sie aufgrund von Schutzklauseln großen Einfluss haben, boykottiert sie die Bildung einer eigenen Armee. Parlamentsauflösung und Neuwahlen sind derzeit die Folge. Aber eben kein Bürgerkrieg. Die Region bewegt sich in die richtige Richtung, aber eben nur langsam. Zu Gesprächen und Verhandlungen, wie schmerzhaft und schwer sie für alle Seiten auch in Zukunft sein mögen, gibt es keine Alternative. Zumindest keine, die wir uns für Europa wünschen. Dafür brauchen wir den Schutz von KFOR. 15 Jahre KFOR, das ist eine lange Zeit, entspricht vier Legislaturperioden. Sehr geehrte Gäste und Zuschauer, gerne möchte ich die Mandatsverlängerung auch zum Anlass nehmen und erklären, wie wir solche Entscheidungen treffen. Unsere ausschlaggebenden Kernfragen bei allen Einsätzen der Bundeswehr lauten, was ist unser nationales Interesse, welchen beabsichtigten Zielzustand legen wir zugrunde, was wollen wir mit dem Einsatz wirklich erreichen und wann beenden wir den Einsatz. Und für den Einsatz im Kosovo sind die naheliegenden Antworten auch die Erklärung, warum 15 Jahre gar nicht so lang sind und wir vielleicht noch eine 20. oder 25. Verlängerung erleben werden. Es liegt in unserem besonderen nationalen Interesse, in einem einigen und friedlichen Europa zu leben. Und dazu gehört auch der Westbalkan. Eine rechtsstaatliche Entwicklung dieser Länder ist der Schlüssel zum Erfolg. Einen Misserfolg würden wir zu spüren bekommen. Organisierte Kriminalität kennt nämlich keine Grenzen. Dieser Einsatz darf erst beendet werden, wenn diese Länder stabile Demokratien sind, in denen man ethnischen, religions- und kulturübergreifend friedlich über die gemeinsame Geschichte sprechen kann, die auch ein wesentlicher Teil unserer eigenen europäischen Geschichte darstellt. Deshalb bitte ich Sie alle um Ihre Zustimmung für die weitere Unterstützung unserer Nachbarn. Nächster Redner ist der Abgeordnete Wolfgang Helmich, SPD-Fraktion. Vielen Dank.